Sind Sie fit für die Digitalisierung? Deutschland wird immer digitaler. Wie soll man da mithalten, um wieder im Arbeitsleben durchzustarten? Teamtraining bietet mit dem Infocenter Digitalisierung einen viermonatigen Intensivkurs an, um endlich up-to-date zu sein mit der modernen Arbeitswelt. Hier lernen Sie, was durch die Digitalisierung möglich ist und wie Sie diese nutzen können. Wir gehen mit Ihnen den Weg, damit Sie die relevantesten Programme und modernsten Arbeitsmethoden spielend beherrschen. Wir legen viel Wert auf einen guten Gesamtüberblick, der praxisnah und anwendungsorientiert ist. Wie unterschiedlich die Anforderungen in der Arbeitswelt auch sind, in unserem viermonatigen Programm werden Sie auf alle Eventualitäten gut vorbereitet. Zusätzlich beraten wir Sie, wie Sie Ihren Lebenslauf optimal und zeitgemäß gestalten und wie Sie sich erfolgreich bewerben. Weil das ist eigentlich das Entscheidende, dass Sie bereit sind, bei uns sich auf unsere Programme einzustellen. Und wir gehen auch davon aus, dass wir in fünf Jahren nicht dieselben Programme verwenden wie heute, dass die dann auch bereit sind, sich wieder auf neue Programme einzustellen. Einfach die Scheu nicht haben, die Bereitschaft sich auf die EDV oder Digitalisierung einzulassen. Das ist mir wichtig. Also wir suchen für unser Start-Up Team vor allem Menschen, die mit digitalen Tools auch umgehen können. Wir sind zum Beispiel eine Remote Company. Das heißt, wir haben gar kein klassisches Büro mehr, in dem wir uns alle jeden Tag sehen, sondern wir arbeiten die meiste Zeit von zu Hause und auch aus verschiedenen Städten. Das heißt, die Grundkompetenz mit digitalen Tools, Videokonferenzen, aber auch digitalen Kollaborationstools umzugehen, ist für uns eine absolute Grundvoraussetzung, damit unser Team remote funktioniert. Es gibt hier kein zu schwer oder zu leicht. Unsere Lehrmethode ermöglicht es, individuell und stufenlos auf das Niveau jedes Teilnehmers einzugehen, um einen maximalen Lernerfolg für jede und jeden zu erzielen. Um endlich gelassen die Digitalisierung zu nutzen. Ich bin fit für die Digitalisierung. Ich bin fit für die Digitalisierung.